Herzlich Willkommen zur 49. Episode des Tschüss Baseldo Podcasts, deinem Audio-Guide, der dir eine ganzheitliche Betrachtung deiner Erkrankung bietet und dich empowert, damit du deine Gesundheit in die eigene Hand nehmen kannst. In dieser Podcast-Episode erfährst du, wie du damit umgehen kannst, wenn dein Arzt dich nicht mehr behandeln möchte und rausschmeißt, was du tun kannst, wenn dein Arzt überhaupt nicht auf dich und deine Bedürfnisse eingeht, welche Möglichkeiten du bei Morbus Baseldo hast, dich fachmännisch begleiten zu lassen, was du tun kannst und solltest, wenn das Vertrauensverhältnis zu deinem Arzt komplett zerstört ist, warum du auch froh sein kannst, wenn dein Arzt dich rausschmeißt, welche Suchworte dir helfen können über Google einen passenderen Arzt zu finden, wie es mir selbst ergangen ist, als mich einmal ein Arzt rausgeworfen hat und noch vieles, vieles mehr. Ich bin Gerti Schöpel, deine Mentorin und ich wünsche dir nun viel Freude und gute Erkenntnisse. Ja, wie kannst du damit umgehen, wenn dein Arzt dich rauswirft? Und das kommt leider echt häufig vor. Folgende Nachricht, die mich über Instagram erreicht hat, nehme ich einfach mal zum Anlass, dieses Thema aufzugreifen. Und die Nachricht lautet wie folgt. Hallo Gerti. Ich weiß, du kennst mich ja gar nicht, aber ich wollte dir trotzdem kurz Folgendes mitteilen, weil es mich unheimlich stark getroffen hat. Heute Morgen früh kam eine E-Mail von meinem Hausarzt, dass ich ihm zu viel vorschreiben würde und er hat dann noch ausgeholt und mir wirklich in unanständigem Ton alle Schande an den Kopf geworfen. Er sei schließlich der Mediziner und ich der Patient und so weiter. Dabei sind wir nur auf meine schlechten Schilddrüsenwerte gestoßen, weil ich von mir aus einen Bluttest angefordert habe. Er hat mich jetzt sozusagen rausgeschmissen, ich soll ab sofort zu einem anderen Hausarzt. Der bevorstehende Termin bei einer Endokrinologin in der nächsten Großstadt findet nicht statt, da der Hausarzt mich anscheinend gar nicht angemeldet hat. Dies sei ein Missverständnis. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Mir geht's sau schlecht. Ich weiß jetzt gar nicht weiter. Ja, puh. Vielleicht spürst du auch den Frust und die Verzweiflung in diesen Zeilen und auch die Ratlosigkeit, die auf so einen Rauswurf erstmal folgt. Und so wie es der Person aus dieser Nachricht geht, geht es leider einigen Menschen mit Schilddrüsenerkrankungen oder anderen chronischen Erkrankungen, wenn sie ein bisschen unbequem werden. Wenn sie sich zum Beispiel nicht willenlos den Vorschlägen ihres Arztes fügen und unbequem werden, indem sie zum Beispiel beginnen, Fragen zu stellen, Therapiemöglichkeiten zu hinterfragen und vorgeschlagene Therapiemöglichkeiten abzulehnen und so weiter. Und das erlebe ich super, super häufig. Und ich möchte an dieser Stelle mal ganz klar betonen. Es gibt da draußen wirklich unfassbar tolle Ärzte, die sich echt viel Mühe geben, die mit ihrem Patienten auf Augenhöhe arbeiten, die die Wünsche ihrer Patienten respektieren und gemeinsam nach einer guten Lösung suchen. Und ich feiere das. Aber es gibt auch andere und vielleicht hast du das Pech, an so einen Arzt geraten zu sein. Dann ist diese Podcast-Episode für dich. Manche Ärzte, oft diejenigen, die sehr von sich selbst überzeugt sind und glauben, dass sie aufgrund ihres Doktortitels der Halbgott in Weiß sind, fühlen sich in ihrem Ego getroffen und geknickt, wenn sie vor einem Patienten stehen, der mitdenkt und unbequeme Fragen stellt. Viele meiner Kundinnen, die ich im Mentoring begleite, haben mir auch schon berichtet, dass sie richtig Probleme mit ihren Ärzten bekommen haben in dem Moment, wo sie sich einem Therapievorschlag widersetzt haben oder wo sie angefangen haben, viele Fragen zu stellen und die Zeit ihres Arztes in Anspruch zu nehmen für eine gute Beratung. Ich habe schon alles zu hören bekommen, was Ärzte sich so leisten, von Drohungen über persönliche Beleidigungen bis hin zum Rauswurf, obwohl die Person auf eine Medikation angewiesen ist. Ja, auch einige meiner Kundinnen im Mentoring sind schon von ihrem Arzt rausgeworfen und richtig grob behandelt worden. Und jetzt arbeite ich natürlich mit einer Kundschaft zusammen, die einen alternativen Weg sucht, die sich nicht die Schilddrüse rausschneiden lassen möchte, die ein bisschen kritisch eingestellt ist zur Schulmedizin und natürlich häufen sich dann diese Fälle etwas mehr. Aber da du meinen Podcast hörst, könnte es unter Umständen sein, dass du eine von diesen Personen bist und deswegen hoffe ich, dass ich dir hier ganz viel mitgeben kann. Das Erste, was sich einem da so stellt, wenn man das so hört, ist, darf der Arzt das? Also darf der Arzt einfach so Patienten vor die Tür setzen, die, wie ja im Fall von Morbus Baseldo, auf eine Dauermedikation und eine Überprüfung ihrer Blutwerte angewiesen sind? Das ist ein bisschen kompliziert und nicht ganz leicht zu beantworten. Es kommt nämlich darauf an. So, und hier kommt gleich ein kleiner Disclaimer an dieser Stelle. Ich kann und ich will dir hier im Podcast natürlich keine Rechtsberatung geben, aber ich will dir zumindest mal einige Infos mitgeben, einige Tipps mitgeben und ich werde dir auch einen Artikel in den Shownotes verlinken, wo du dich noch weiter schlau lesen kannst. Es ist nämlich so, während der privat abrechnende Arzt ohne weiteres Kündigen, also das heißt die Behandlung eines Patienten einstellen darf, außer natürlich im Notfall, ist der Vertrags- oder der Kassenarzt grundsätzlich erstmal zur Versorgung des Kassenpatienten verpflichtet. Der hat nämlich mit der Krankenkasse einen Vertrag abgeschlossen und alle Menschen, die jetzt mit einer Krankenkassenkarte ankommen sind, sozusagen Kunden der Krankenkasse und der Arzt hat gesagt, hey, liebe Krankenkasse, ich behandle alle Kunden, die du mir schickst. So. Ein Kassenarzt muss daher gute Gründe für die Kündigung eines Behandlungsvertrags haben und ein Behandlungsvertrag, das ist nichts, was du bei deinem Arzt unterzeichnest, der kommt einfach dadurch zustande, dass der Arzt einen Kassenpatienten annimmt und mit der Therapie beginnt. In dem Moment ist ein Behandlungsvertrag laut Recht zustande gekommen. Grundsätzlich besteht also für Ärzte eine Behandlungspflicht. Bei gesetzlich Versicherten gründet sich diese eben auf die Rahmenverträge mit der Krankenkasse, also wenn der Arzt die Kassenzulassung hat, und den Behandlungsvertrag. Bei Privatpatienten gründet sich das ausschließlich auf den Behandlungsvertrag, der zwischen Arzt und Patient geschlossen wird. So. Und es ist so, dass in Ausnahmefällen die Behandlungspflicht vom Kassenarzt durchbrochen werden kann. Das heißt, der Arzt kann trotz eines abgeschlossenen Behandlungsvertrags die Behandlung eines Kassenpatienten verweigern oder den Behandlungsvertrag kündigen. Und dafür gibt es einige wichtige Gründe, die der Arzt vorlegen kann, um dieses Patientenverhältnis zu beenden. Ich verlinke dir dazu mal einen Artikel in den Shownotes. Es gibt, um genau zu sein, drei Beispiele für Ausnahmefälle. Erstens. Der gesetzlich versicherte Patient legt seine elektronische Gesundheitskarte nicht vor. Also, der kann nicht nachweisen, dass er von der Krankenkasse kommt und dann muss der Arzt ihn auch nicht behandeln. Oder er kommt zu einem Folgetermin und legt die Krankenkassenkarte nicht mehr vor und der Arzt kann eben nicht sicher sein, dass er von der Krankenkasse einen finanziellen Ausgleich für die Behandlung bekommt. Zweitens. Es besteht kein Vertrauensverhältnis zwischen Therapeut und Patient. Drittens. Die Übernahme der Behandlung ist für den Arzt unzumutbar, weil der Patient zum Beispiel den Arzt oder den Therapeuten beleidigt oder in sonstiger Weise bedrängt oder weil er randaliert oder ihn oder das Personal tätlich angreift. Jetzt ist es so, dass besonders der zweite Punkt viel Spielraum zulässt, sodass der Arzt gut argumentieren kann. Es besteht kein Vertrauensverhältnis zwischen ihm als Therapeut und dir als Patient, wenn du einen Therapievorschlag wiederholt ablehnst. Und falls es dir gerade so geht, wie der Person, die mir die Nachricht geschickt hat und du bist rausgeworfen worden von deinem Arzt, dann ist dein Frust und deine Empörung mehr als verständlich. Denn dadurch, dass der Arzt dich rauswirft, wird dein Leben erstmal richtig unbequem. Denn du stehst jetzt ohne ärztliche Versorgung mit einer chronischen Erkrankung da und musst dir einen neuen Arzt suchen. Mir ist es übrigens auch schon passiert, dass ich beim Arzt rausgeflogen bin. Mich hat mal ein Zahnarzt vor die Tür gesetzt, nur weil ich mir eine zweite Meinung bei einem Kollegen geholt habe. Nur dafür, dass ich es gewagt habe, seine Diagnose und seinen Therapievorschlag und seinen Preisvorschlag in Frage zu stellen, indem ich mir eine zweite Meinung geholt habe, hat er mich rausgeworfen. Ich wurde also bestraft für etwas oder rausgeworfen für etwas, was ich getan habe, was eigentlich mein gutes Recht als Patient ist. War ich darüber empört? Ja klar. Habe ich einen besseren Zahnarzt als ihn gefunden? Na und ob? Hätte ich mich durchboxen können und meinen Zahnarzt dazu zwingen können, dass er mich trotzdem behandelt? Hätte ich ein riesiges rechtliches Drama lostreten können? Na ganz bestimmt. Aber ganz ehrlich, nachdem mein Arzt mich so behandelt hat, hätte ich eh nicht mehr gewollt, dass er mich weiter behandelt. Ich hätte diesem Zahnarzt nämlich eh nicht mehr vertrauen können. Ich hätte da auf diesem Stuhl gelegen und immer ein mulmiges Gefühl gehabt. So und jetzt mal Hand aufs Herz in deinem Fall. Von einem Arzt, der dich so behandelt, der dich rauswirft, willst du wahrscheinlich auch nicht mehr weiter betreut werden, oder? Weil danach ist das Vertrauensverhältnis zwischen Therapeut und Patient auf jeden Fall gestört. Definitiv. Und es ist nicht so, dass du dieses Verhältnis zerstört hast, sondern der Arzt mit dem Rauswurf. So, die gute Nachricht ist, nach einem Rauswurf beim Arzt hast du erstmal die Chance, gründlich darüber nachzudenken, welche Art von Betreuung du dir wünschst und auch ganz gezielt nach einem solchen Arzt zu suchen und ihn auch zu finden. Weil das habe ich nach dem Rauswurf beim Zahnarzt ganz genauso gemacht. Und das ist auch so ein bisschen das Mindset, was ich dir hier mitgeben wollen würde. Anstatt in der Opferrolle zu versinken, anstatt dich darüber zu ärgern, dass dein Arzt dich rausgeworfen hat, anstatt über all die Unbequemlichkeiten, die jetzt auf dich zukommen, zu jammern, richte deinen Fokus auf das aus, was du für dich willst. Das heißt, bedanke dich erstmal beim Leben dafür, dass dieser Arzt nicht mehr in deinem Leben ist. Er passt eh nicht zu dir, sonst hätte er dich gar nicht rausgeworfen. Freu dich darauf, dass jetzt noch etwas viel Besseres für dich möglich ist. Und wer weiß, wofür die Wartezeit gut ist, die jetzt vor dir liegt, bis du einen neuen Arzt findest. Möglicherweise lernst du nämlich in dieser Zeit etwas, was dir hilft, richtig gute Entscheidungen für dich zu treffen. Du hast jetzt erstmal Zeit zu recherchieren und dir über deine Wünsche klar zu werden. Also, lass dich nicht unterkriegen und richte deinen Fokus erstmal wieder auf das aus, was du für dich willst, was du in der Welt erreichen und bewirken willst. Vergiss diesen inkompetenten Arzt. Er hat möglicherweise ein übersteuertes Ego und weiß ganz offensichtlich nicht, wie man mit Menschen umgeht, geschweige denn, was einen wirklich guten Arzt und Heiler ausmacht. Wenn Patienten rausschmeißen, das Einzige ist, was ihm einfällt, wenn du für dich einstehst, wenn du deine Patientenrechte nutzt oder ihm Zeit stielst, in Anführungsstrichen, indem du konkrete Fragen stellst, dann passt er wirklich nicht zu der Begleitung, die du mit einer chronischen Erkrankung wie Morbus Baseldo jetzt gerade brauchst. Und auf der anderen Seite weißt du jetzt vielleicht auch ganz genau, welche Art von Arzt du bei Morbus Baseldo an deiner Seite haben willst und kannst auch ganz gezielt danach suchen. Nämlich jemanden, der dich liebevoll behandelt. Jemanden, der mit dir auf Augenhöhe spricht. Jemand, der sich Zeit nimmt und dir zuhört. Jemand, der dich zu nichts zwingt, sondern dich motiviert, dich unterstützt und deinen Weg mitgeht. Jemanden, der deine Entscheidungen respektiert. Und glaub mir eins, diese Ärzte gibt es. Ich habe einige Kunden, die voll auf zufrieden sind und wirklich gute Ärzte an ihrer Seite haben, nachdem sie zwei oder dreimal irgendwo rausgeflogen sind und jetzt endlich ihren Traumarzt gefunden haben. Und ich habe hier auch gleich einen ganz konkreten Tipp für dich, wie dir das vielleicht schnell gelingen kann. Gib mal bei deiner Ärztesuche, wenn du das online suchst, holistisch oder ganzheitlich mit ein. Also such mal nach einem holistischen Arzt oder einem ganzheitlichen Arzt. Es gibt viele richtig tolle Ärzte, die einen echt guten Job machen. Und genau so jemanden hast du verdient und darfst dir genau so jemanden aussuchen. Und ja, vielleicht bedeutet das, dass du demnächst eine weitere Anfahrt in Kauf nehmen musst. Vielleicht bedeutet das, dass du manche Leistungen selbst zahlen musst. Vielleicht bedeutet das auch, dass du längere Wartezeiten in Kauf nehmen musst. Aber hey, es geht hier um deine Gesundheit. Und wenn der Arzt, der dann auf der anderen Seite auf dich wartet, ein richtig guter Therapeut ist und dich toll begleitet, dann brauchst du vielleicht auch nicht so viele Termine. Vielleicht reicht es dann auch, wenn du mal mit deinem Arzt telefonierst. Vielleicht musst du dann ja auch nicht jedes Mal persönlich dort vorbeikommen. Und ich möchte hier auch noch ein bisschen mitgeben, welche Art von Arzt dich bei Morbus Baseldo begleiten kann. Also, du kannst bei Morbus Baseldo eine Begleitung durch deinen Hausarzt in Anspruch nehmen. Das habe ich so gemacht. Ich habe niemals irgendeinen Experten gesehen. Ich war immer nur bei meinem Hausarzt und es hat wundervoll funktioniert. Du kannst auch zum Endokrinologen, der so ein bisschen der Fachexperte für Hormongesundheit ist. Du kannst natürlich auch zu einem Arzt für Naturheilkunde, du kannst gegebenenfalls auch einfach zu einem Internisten, du kannst zu einem Arzt für traditionelle chinesische Medizin und du kannst auch zum Nuklearmediziner oder zum Radiologen, wobei du bei den letzten genannten immer so ein bisschen auch mit einem Fuß in der Tür zur Radiotherapie stehst. Außerdem hast du auch die Möglichkeit, dich durch einen kompetenten Heilpraktiker begleiten zu lassen. Und vielleicht ist ja in dieser breiten Auswahl für dich etwas Passendes dabei. Das war die Podcast-Episode, wie du damit umgehen kannst, wenn du beim Arzt rausgeworfen wirst. Und ich hoffe, dass ich dir den Rücken stärken konnte und dass ich dir ein bisschen Mut machen konnte und dass ich deinen Fokus wieder auf das Positive ausrichten konnte, was so ein Rauswurf nämlich auch mit sich bringt. Und ich habe so ein kleines Lebensmotto, dass egal, was in meinem Leben passiert, dass immer ein tieferer Sinn dahinter steht, dass alles für etwas gut ist und dass alle Herausforderungen, die mir das Leben so schickt, mich auch wachsen lassen und ja, dass wenn das Leben mir eine Tür zumacht, dass das in meinem Sinne geschieht und dass das Leben einfach etwas Besseres für mich vorbereitet hat und ich das vielleicht noch gar nicht weiß. Und vielleicht magst du das auch so zu deinem inneren Mantra machen, weil dich das in solchen Situationen ganz gelassen sein lässt. Ja, und wenn du dir eine wirklich liebevolle Begleitung wünschst und jemanden an deiner Seite wünschst, der sich ganz, ganz, ganz viel Zeit nimmt und dich empowert, dass du dir selber helfen kannst, dass du selber losgehen kannst für deine Schilddrüsengesundheit, dann leite ich dich von Herzen ein, dass du dich für das Mentoring bewirbst. Da begleite ich dich dann nämlich für vier Monate auf deinem Weg und bin wirklich Ansprechpartnerin für all die Fragen, die du so hast. Das Einzige, was ich nicht machen kann und darf, ist mich um deine Medikamente zu kümmern und so Sachen wie Blutwette mit dir zu besprechen oder eben Blut abzunehmen und Sachen an ein Labor zu schicken. Dafür gibt es Ärzte und Heilpraktiker, die dich begleiten können. Aber bei allem, was du selber in die Hand nehmen kannst, da kann ich an deiner Seite sein. Und ich mache den Job jetzt schon vier Jahre und glaub mir, ich kenne mich wirklich, wirklich gut aus und ja, es gibt auch nichts, was ich nicht schon erlebt hätte und was ich nicht schon im Mentoring besprochen hätte. Also, falls du wirklich jemanden an deiner Seite haben willst, der dich nicht nur zwischen Tür und Angel abfertigt, Herzensempfehlung, schau mal in die Shownotes, da findest du den Link für das Bewerbungsformular. Und wenn dir der Podcast geholfen hat, wenn du viel Wertvolles für dich erkennen konntest, dann würde ich mich riesig über eine positive Rezension und eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Denn du hilfst damit dem Podcast, dass er noch von ganz, ganz vielen anderen Menschen gefunden werden kann, worüber ich mich super freuen würde. Ich finde, du hast es verdient, eine liebevolle Begleitung an deiner Seite zu haben und du hast es auch verdient, ein glückliches, gesundes und erfülltes Leben mit gesunder Schilddrüse zu leben. Dafür gehe ich los, dafür mache ich diese Arbeit, dafür gibt es diesen Podcast, dafür gibt es meinen Instagram-Account und ich hoffe, dass du an ganz, ganz, ganz vielen Stellen dort schon Unterstützung gefunden hast. Und wenn du mehr Unterstützung brauchst, das Bewerbungsformular für das Gruppenmentoring findest du, wie gesagt, in den Shownotes. Wir beide hören uns in 14.30 Uhr wieder und bis dahin wünsche ich dir alles nur erdenklich Gute. Eine liebevolle Umarmung an dich, bis ganz bald, deine Gerti.